So, so Kleiner, hättest auch mal gerne Stimme wie Papa. Alter, was hast du denn für ne Lache? Sind wir hier im Kindergarten oder was? Jetzt zeig ich dir mal, was richtig krank ist. Das ist schon krank. Mama! 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 Also Pro, hau mal in die Seiten und zeig dem Dukstad mal, was richtig abgeht. Es ist schon krank. Das ist schon krank. Das ist schon krank. So, und jetzt alle K-R-A-N-K krank. Weißt du, was ich gehört habe? Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Das ist schon krank. So, und jetzt alle! Alle! Weißt du, was ich gehört habe? Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Deine Mutter, die schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020